Na, es gibt ja auch solche Stiftungen. Also ich sag mal, die Bill Clinton Stiftung ist da in diesem Stil groß unterwegs und es gibt viel Kritik an der Gates Stiftung, weil sie sich teilweise eine Rolle anmaßen, die ihnen nicht zusteht und richtig versuchen... Aber es ist wenigstens eine Stiftung, es ist wenigstens diese Form. Aber ich denke mal, die sind ja transparent und sind öffentlich zugänglich, das heißt man kann die Politik dieser Gestiftung auch beeinflussen, man muss sie deswegen nicht verdammen. Tatsache ist, da werden große Kapitalmengen zur Verfügung gestellt, um das Richtige zu erreichen. Ob sie den richtigen Weg gehen, da kann man dann im Einzelfall darüber diskutieren, aber sie spielen auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Und das Gute ist, und das ist auch für mich ein sehr wichtiges Hoffnungselement, es werden immer mehr. Es werden immer mehr Leute, auch reiche Leute, also Leute, die ihr eigenes, persönlich erworbenes Vermögen dafür einsetzen, wenn man so will, die Weltrettung voranzubringen. Eben weil die Probleme so wahnsinnig drängend und so offensichtlich sind. Wahrscheinlich allerdings, und das ist eine Grundvoraussetzung, es müssen noch viel mehr Leute aktiv werden. Also wir haben, wenn man so will, sowas wie eine Erhebung einer globalen Zivilgesellschaft. Die kann man sagen, die hat grosso modo ungefähr 100 Millionen Mitglieder und findet auf den allen möglichen Ebenen statt, mal als Gegner, mal als Partner der Regierung. Aber es sind immer noch viel zu wenige. Also in Deutschland sind es vielleicht, wenn es hochkommt, wenn es hochkommt, 50.000, die wirklich sich engagieren dafür, dass wir ein halbwegs faires und gerechtes Weltsystem kriegen, bei dem die Früchte der Globalisierung gut verteilt werden. Wenn 50.000 sind viel zu wenig, da müssen mindestens noch drei Nullen hinten dran. Sie sind sechs Jahre, als Kennedy stirbt. Ja. Und wenn ich mir so vorstelle, dass Menschen ihrer Generation hier sozusagen das mal weitergeben, was sie jetzt hier sagen, dann kriegt man eigentlich eine ganz andere Generationenfolge, als wir sie eigentlich normalerweise uns vorstellen. Dann ist es nicht so, dass da nicht ein schöner Anfang möglich wäre. Also einiges von dem Glanz, den Kennedy verbreitet hat, mit seinem Chor, das sind ja mehr als 50.000 Leute, die dann nach Afrika gehen und so weiter. Das ist ja sehr schnell erschossen worden. Und das ist sehr schnell verkümmert. Und unser Lyndon Johnson nicht weiter bearbeitet worden. Und trotzdem, es kehrt immer wieder. So verstehe ich das, was sie sagen. Haben sie Kinder? Ja. Ich habe zwei Söhne. Wie alt? 17. Und man will ja da eigentlich für diese Kinder, ja? Also es sind Zwillinge, deswegen habe ich nur eine Zahl. Ach so. Ach so. Ja. Aber dafür etwas zu tun, ja? Nicht? Und die Perspektive zu haben, wären solche Eltern, ja, 1908, ja, in der Lage gewesen, eine Stiftung zu begründen, die ihre Kinder sichert. Ja. Und vielleicht hätten sie außerdem noch in Neuseeland, ja, ein Grundstück gekauft, hätten sie sie retten können. Mhm. Und sonst sind sie bei Stalingrad verloren gegangen. Ja.